Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, das Bild, was der Herr Rüße gerade gemacht hat, das fiel mir gerade nur spontan ein mit dem Malermeister, der die Farben selbst entsorgen muss. Wenn wir das auf die Atomindustrie 1 zu 1 übertragen könnten, das wäre einfach großartig. Ansonsten wollte ich es kurz machen, aber ich mache es jetzt noch kürzer. Das Gesetz ist gut, der Änderungsantrag ist richtig, weil es werden die Veterinäre entlastet und es werden Landwirte, die ihre Tiere eventuell nicht so gut behandeln und deshalb eine höhere Sterblichkeit haben, belastet. Das ist gut und richtig und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Danke.